Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Bernd Kiltz, das bin ich, auf G66. Heute reden wir über den Amp in the Room Sound. Ein riesengroßes Mysterium. Und ich warne dich gleich schon mal vor, wahrscheinlich ist dieses Video nur gelabert. Ich habe die Gitarre hier nur vor mir, damit sie meinen dicken Bauch verdeckt. Und weil sie außerdem extrem schön aussieht. Guck mal hier. Ich liebe die Gitarre. So, aber es geht heute um den Amp in the Room Sound. Und da wollen wir gleich mal einen wichtigen Fakt bringen. Der Begriff Amp in the Room Sound ist falsch. Und zwar 100%ig Schwachsinn. Erstmal Erklärung, was versteht man denn überhaupt unter diesem Begriff? Das ist ja so ein Begriff, den man schon mal gehört hat. Okay, Gitarrist nennen wir ihn Knut. Knut hat sein komplettes Equipment umgestellt. Knut hat früher einen Dietzel Einstein gespielt. 100 Watt Röhrentopteil mit einer Dietzel 4x12 Box. Hat das live gespielt mit einem Paddleboard und fand den Sound auch tierisch geil. Und der Sound ist tierisch geil von so einem Equipment. Und jetzt folgendes. Knut hat keinen Bock mehr zu schleppen. Knut hatte einen Bandscheibenvorfall. Und Knut hat vom XFX gehört. Und hat davon gehört, ach, XFX, der wiegt nicht viel. Da hat er noch gesehen, es gibt noch einen FM3. Der wiegt ja noch weniger und ist der Fußschalter schon eingebaut. Hat dann geguckt, nee, ich nehme doch lieber den FM9. Und hat sich einen FM9 gekauft. So, daher auch. Und jetzt kommt sein entscheidender Fehler. Da er jetzt auch gesagt hat, die Box, die will er erst recht nicht mehr schleppen. Ich meine, das Topteil 30 Kilo, aber die Box 50 Kilo. Und die kann er nicht mal alleine hochheben. Vor allem nicht mit seinem Bandscheibenvorfall. Das heißt, er braucht immer einen Kumpel, der oder einen Sänger oder eine Sängerin. Ha, Sängerin, die eine Box trägt. Nee, natürlich nicht. Aber er braucht immer jemanden, der ihm hilft, die blöde Box zu tragen. Will er auch nicht mehr. Deswegen hat er sich ein Headrush 108 FRFR Box gekauft. Full Range Flat Response. Da reden wir ein anderer mal drüber. Wobei, nee, wir müssen heute drüber reden, weil das ganz entscheidend ist. So, und jetzt kommen wir mal dazu. Der spielt jetzt das erste Mal sein neues Setup. Hat sich zu Hause auf seinen teuren Studiomonitor, den er schon immer hatte, mit dem FM9 Sounds programmiert, die zu Hause gigantisch geil klingen. Kommt jetzt zum Gig, stellt seine Headrush 108, die übrigens nicht schlecht ist. Ja, da kurz. Verkabelt das, spielt und findet es total scheiße. Totale Kacke findet er in den Sound. XFX ist Schrott. Ich will den Amp in the Room Sound zurück. Ich hole meinen Einstein wieder aus dem Keller. Und meine Box nehme ich das nächste Mal auch. Ja, okay. Also ihr wisst doch, was ich hinaus will bei dieser Story. Welchen Fehler hat er denn gemacht? Ganz einfach. Der Unterschied vom Sound hat so gut wie nichts mit dem Röhren-Amp zu tun. Oder, dass, jetzt kommen wir auf den Begriff zurück, der Amp im Raum sein muss. Denn wo der Amp steht, ist völlig egal. Der Amp kann auch zwei Räume weiterstehen. Ja, nur um das Spiel ein bisschen weiterzutreiben. Was der Unterschied ist, ist die Gitarrenbox. Und jetzt besprechen wir mal den Unterschied zwischen einer Gitarrenbox und einer FRFR oder einer normalen Monitorbox. Es ist eigentlich völlig wurscht. Eine normale PA-Monitorbox oder Studiomonitore oder deine iPhone-Kopfhörer oder dein normaler Kopfhörer. Alles, was normale Musik wiedergibt. Deine Stereoanlage. Das ist alles mehr oder weniger linear. Es ist nie ganz linear. Es gibt nichts, was 100% linear ist. Aber es ist mehr oder weniger eine Linie, die ein bisschen schwankt. Bei geilen Studiomonitoren, die ausgemessen sind, ist es ziemlich gerade. Bei einer Stereoanlage für 200 Euro ist es nicht ganz so gerade. Oben in Höhen abgeschnitten, ein bisschen weniger Bässe. Und unten bei 100 ist es ein bisschen geboostet. Aber es ist im Endeffekt ungefähr so eine Linie. Jetzt kommen wir zur Gitarrenbox. Die hat eine ganz andere Linie. Die fängt erst mal bei 80 oder so an. Da ist sie stark hoch. Und dann hat die so ganz viele Knicke da drin. Und fällt dann ungefähr bei 4, 5, 6.000 Hertz steil nach unten ab. Hat also mit dieser Linie von diesem FRFR oder dieser Stereoanlage überhaupt nichts zu tun. Das ist der erste große Unterschied. Jetzt wirst du sagen, okay, dafür haben wir ja die Impuls-Responses, die dieses Frequenzgang-Ding simulieren. Richtig, haben wir. Und das ist auch so. 100 Prozent, das haben wir. Aber jetzt kommt was Zweites dazu. Ein Gitarren-Lautsprecher strahlt ziemlich steil nach vorne weg. Der strahlt nicht so, sondern der strahlt sehr eng. Daraus resultiert, wenn du vor der Box stehst, genau vor dem Speaker und du hast das Ohr, genau, also wenn da die Kamera ist, da ist der Speaker, du bist der Speaker, ja. Und das geht genau in das Ohr rein. Klingt das ganz anders, als wenn das Ohr hier ist. 100 Prozent anders. Und dieser Sound verändert sich pro Zentimeter. Du hast vielleicht schon mal gesehen oder probiert, wenn du ein Mikrofon vor eine Gitarrenbox hältst und jemand spielt und du hörst das über ein Mischpult oder einen Kopfhörer. Das ist ein unglaublicher Unterschied. Das kann sich so krass verändern, das klingt mehr Unterschied als zwei verschiedene Amps Unterschied haben, wenn du dieses Mikro verschiebst. Und das passiert ständig, wenn du dich im Raum bewegst und eine Gitarrenbox da steht. Zusätzlich gibt es noch die Reflektionen von den verschiedenen Winkeln dieser Box. Und jetzt kommen wir dazu, warum das X in the Room heißt. Und jetzt sage ich dir, warum ist der Begriff falsch? Es müsste nicht Amp in the Room heißen, weil Amp ist scheißegal, sondern es müsste Cabinet eigentlich, Cabinet in the Room Sound heißen. Weil das wichtig ist, wo die Box steht. Die Box mit den Speakern. Darauf kommt es an. Wo steht dieses Ding? Denn das macht den Sound für uns Gitarristen dreidimensional, weil sich der Sound verändert, wenn du dich im Raum bewegst. Uff. Also wer jetzt noch dabei ist, der wollte es wirklich wissen, gell? Aber das ist der mystische Amp in the Room Sound. So. Kannst du den simulieren im XF-X? Nee. Wie denn? Da müsstest du einen Tracker haben, hier. Ja, so einen Tracker hinten in der Wirbelsäule. Damit der XF-X genau weiß, wo du stehst gerade und dir den Sound verschieden abmischt, je nachdem, wo du dich hinbewegst. Aber genau das passiert, wenn du eine Gitarrenbox in einem Raum stehen hast und dich bewegst. Und wenn wir jetzt die Analogie weiterspinnen, liefert dir der XF-X immer nur den Sound, den du an einer bestimmten Position, während du komplett still stehst und auch alle anderen im Raum, die das auch beeinflussen, stillstehen hast. Ja? Oder, um das mal ein bisschen plastischer zu machen, eine Position vom Mikrofon vor der Box. Eine. Nicht alle auf einmal, je nachdem, wie du dich bewegst, sondern eine. So. Also klar, warum ein Gitarrist ja traditionell eine Gitarrenbox gespielt hat. Ja, wie gesagt, der Amp ist wurscht. Wenn du jetzt hingehst, ein XF-X nimmst und eine neutrale Endstufe, wie zum Beispiel eine SEMA Duncan Power Stage, anschließt an diese 4x12 Gitarrenbox und das ordentlich einstellst im XF-X, zum Beispiel einfach den Diesel-Sound, ja? Dann klingt das so gut wie genau gleich. Es gibt da, ach, es gibt tausend Blind, Entschuldigung, Blind-Test-Videos, die genau das beweisen. Du hörst den Unterschied nicht vom XF-X mit einer echten Box. Und deswegen spielen ja auch so viele Leute den XF-X mit einer echten Box, weil die auf dieses dreidimensionale Gefühl nicht verzichten wollen. Und das ist auch völlig okay, ich habe auch lange Zeit Modeler, also XF-X, mit einer echten Box gespielt, weil es mir auf der Bühne einfach mehr Spaß gemacht hat. So. Das war allerdings, bevor ich die ganzen Tricks kannte, die man benutzen muss, um die FRFR gut klingend zu machen. Weil der Hauptgrund, warum ich es blöd fand mit FRFR, war nämlich, weil ich meine, normale PA-Box benutzt habe und die etwas mehr Höhen wiedergibt als normale PA-Boxen, was für Gesang spitzenmäßig klingt, aber für Gitarre nicht. Aber das kann man ganz leicht mit dem Filter ausgleichen im XF-X und mit dem Master EQ, der heißt ja Global EQ. Aber ich komme vom Thema ab. Okay, also Amp in the Room Sound waren wir. Also es ist definitiv ein Fakt, dass es anders klingt, ich sage jetzt nicht besser, ich sage extra nicht besser, dass es anders klingt, wenn du eine Gitarrenbox spielst. Und es hat nichts mit dem Amp zu tun, mit einem Röhrenamp oder irgendwas, es kommt einfach nur darauf an, dass die physikalische Box, Gitarrenbox mit Gitarrenlautsprechern in einem Raum steht. Das ist das Einzige, auf was es ankommt. Wie das Signal da reinkommt, über eine digitale Endstufe, über eine MOSFET-Endstufe, über eine Röhren-Endstufe, über einen Digital-Preamp, über einen Röhren-Preamp, über Pedals, es ist scheißegal. Der Effekt, den die Gitarristen vermissen, wenn sie den Amp in the Room Sound bezeichnen, ist dieser 3D-Effekt durch eine echte Gitarrenbox. Ich habe es jetzt so oft gesagt, damit es einfach 100% klar ist. Und wenn du es mir nicht glaubst, probiere es aus. Probiere es einfach aus. So, und jetzt kommt aber eine andere Sache. Ist das nicht wieder sowas, was die Gitarristen, wo die sich einfach dran gewöhnt haben? Und ist es überhaupt besser, wenn der Sound sich verändert, wenn ich im Raum rumgehe? Weil jetzt, guck mal, du spielst vor 1000 Leuten. Die Leute hören den Sound über die PA-Boxen. Über die großen PA-Boxen. Die hören nicht deine Lautsprecher-Box. Es sei denn, die strahlt genau auf die und es ist ein kleiner Club. Dann ja. Aber nehmen wir mal an, es wäre groß genug, dass die Leute von einem Line-Array oben beschallt werden. Und die hören nur den Sound übers Mikro vor der Box, was richtig scheiße ist, davon übrigens abgesehen. Oder halt über deinen XFX, den Ausgang, den Direct-Ausgang von deinem XFX mit IR-Simulation und so weiter und so fort. Das hören die und die hören, egal wo die sich bewegen im Publikum, immer den gleichen Gitarren-Sound. Und nicht nur das. Stell dir jetzt mal kurz deinen absoluten Lieblings-Gitarren-Sound auf einer CD vor. Hast du dir vorgestellt? Ich habe mir meinen vorgestellt. Mein Lieblings-E-Gitarren-Sound ist Time to Burn von Giant Dan Huff, Studio-Gitarrist. Ah, es könnte auch was von Toto sein. Sea-Fluge-Sound. Oder Scott Henderson. Egal. Stell dir diesen Sound jetzt vor. Und jetzt sage ich dir, wenn du diese CD hörst, hörst du ein einziges Mikro oder mehrere Mikros, aber die an der gleichen Stelle stehen. Und wenn du dich im Raum bewegst, ändert sich der Gitarren-Sound nicht. Okay, wenn du jetzt, wie ich zum Beispiel 2000 oder 1999, den Scott Henderson in einem mini-kleinen Club in L.A. gesehen hast, mit seiner 4x12-Box, dann ändert sich der Sound. Wenn du dich im Raum bewegst, machst du aber nicht, weil du sitzt da und trinkst ein Bier. Der Sound verändert sich dann auch nicht. Also, fürs Publikum ist das, was du willst, mit diesem Amp-in-the-Room-Sound. Einigen bei uns da drauf, scheißegal. Weil das Publikum eh nur diesen einen Sound hört, den der XFX fantastisch simulieren kann. Klingt wesentlich geiler als ein Mikro vor der Box. Wenn das Mikro einfach nur davor gestellt wird, so wie das live in 99% aller Fälle passiert, SM57 vorne dran, fertig, nächster im Soundcheck. Das ist die traurige, sehr traurige Wahrheit. Im Studio, klar, da machst du hier, da ein Mikro, da ein Mikro, Raum-Mikro, noch ein Raum-Mikro, Nummer 1 hinter die Box. Also, wenn richtig aufwendig aufgenommen wird. Nee, aber das passiert live nicht. Live ist ein IR-Sound, also ein Sound einer IR, immer besser als mit Mikro abgenommen. Okay, Ausnahme ist vielleicht, du hast ein Isolation-Cap mit einem eingebauten Mikro, was ganz fein abgestimmt ist auf den Speaker. Wurde früher oft gemacht. Mittlerweile macht man das nicht mehr. Ich war ja gerade auf einem Gitarren-Workshop, G4, Joe Cedrini, Guitar Experience hieß das. Und die haben eigentlich alle mit Amps gespielt live. Die Sounds waren sehr durchwachsen, von extrem schlecht. Steve Lucifer hatte einen extrem schlechten Sound auf diesem Workshop. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber der hatte wohl keinen Bock, seine Amps mitzubringen. Und hat dann über die Marshals gespielt, die dort standen. Sound war grauenvoll. Wirklich grauenvoll. Und dann hat ein anderer Gitarrist gespielt, der hat Modeling gespielt, über eine 4x12-Box aber. Und der hatte einen Sound. Und über die PA war es auch, über die Eye-Outs. Also, da war kein Mikro vor der Box. PA über die Eye-Outs. Und das klang einfach fantastisch. Viel geiler als die ganzen mit Mikro abgenommenen Boxen. Deswegen, das ist überlegen. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Jetzt kommen wir mal zum Schluss hier. Ja, schon viel zu lang gelabert. Aber es macht Spaß, oder? Ja, über so ein Thema zu reden, wo so viele Missverständnisse vorkommen. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst einfach live eine echte Box, holst dir eine Endstufe und spielst den XFX oder FM9 da drüber. Was sehr viel Spaß macht. Du musst es halt richtig einstellen und so. Aber das erkläre ich zum Beispiel in meinem Kurs zum XFX. Ja, den findest du unten verlinkt. Ich habe einen Kurs über 8 Stunden Spielzeit, wo ich alles erkläre, was ich über das Gerät weiß. Und das ist, ich bin seit dem ersten Teil dabei, ist relativ viel. Also, lohnt sich auf jeden Fall. Hast auch 14 Tage Rückgaberecht. So, überhaupt kein Problem. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du den Kurs zurückgeben. Gut, aber das ist zu dem Kurs, ja. Ja, also die Möglichkeit hast du. Entweder du spielst mit einer echten Box, siehst du 4x12, 1x12, 2x12, die dir gefällt, ja. Du musst natürlich die Sounds darauf abgleichen, das ist klar, ja. Oder du akzeptierst, dass du auf der Bühne den gleichen Sound hast, wie derjenige, der im Publikum sitzt und akzeptierst einfach, dass der sich nicht verändert, wenn du im Raum rumgehst, sondern dass das der eine Sound ist. Und diverse Tipps und Tricks, wie du eine FRFR einstellen musst, also eine Flat Full Range, Flat Response Box, beziehungsweise den XFX für so eine Box einstellen musst, das gibt es in einem der nächsten Folgen. Also, haben wir das Mysterium Amp in the Room, beziehungsweise Amp durchgestrichen, Cabinet oder Box in the Room Sound geklärt, ja. Und warum, ich habe noch eine Analogie, die ich mir aufgeschrieben habe, die will ich euch nicht vorenthalten. Unser Knut, ja, der hat ja sein Röhrentop-Teil, was im Prinzip den Sound macht, ja, und die Box getauscht, gleichzeitig. Er hätte sollen zuerst nur den XFX nehmen mit der Box und darum probieren, dann hätte er noch festgestellt, ja, die Box ist mir auch zu schwer, ich hole jetzt FRFR oder ich spiele sogar in ihr, ja. Und die Analogie, die ich dir jetzt gebe, nehmen wir mal an, du willst gesünder leben und sagst hier, der Koffein im Kaffee, das ist ungesund, ich stelle jetzt um auf entkoffeinierten Kaffee. So, sinnvoll wäre jetzt einfach auf, nehmen wir mal an, dein Lieblingskaffee ist ein Latte Macchiato, ja, also schön Milch aufgeschäumt, Milch, ganz schweres Wort für mich, Milch aufgeschäumt und ein Espresso rein. Und jetzt holst du dir einfach einen koffeinfreien Espresso. Gibt es mittlerweile sehr gut, den Unterschied schmeckst du kaum. Blindtest, ja, aber das ist, ist okay. So, das ist jetzt der Vergleich zum XFX mit einer Endstufe, wobei der XFX viel näher am Röhrenamt dran ist, als der endkoffeinierte Kaffeeamt. Egal. Aber du trinkst den Kaffee und wenn du nicht gerade dran denkst, denkst du, oh, geiler Kaffee, ja. Jetzt hat aber der Knut, der will umstellen, gesund, und hat gedacht, ah, wenn ich jetzt das mache, dann nehme ich auch gleichzeitig noch Sojamilch statt richtiger Milch. So, und jetzt ist das Problem, Sojamilch, Latte Macchiato, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es grauenvoll. Das macht nämlich richtig einen krassen Unterschied, ob du richtige Milch nimmst oder Sojamilch. Und er hat halt beides gleichzeitig umgestellt und fand es scheiße und trinkt halt jetzt wieder ganz normalen Kaffee mit ganz normaler Milch. Hätte er einfach mal nur probiert, wie es ist, den koffeinfreien Kaffee zu nehmen und sich da eine gute Sorte ausgesucht, hätte er es wahrscheinlich total geil gefunden und hätte sein Röhrentopteil nicht mehr mitschleppen müssen. Also, ihr wisst die Analogie. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Wahrscheinlich ist keiner mehr dabei, um das Abschiedswort zu hören. Wenn es dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, freue ich mich sehr. Wenn es dir nicht gefallen hat, gib mir zwei Daumen nach unten, um es mir richtig zu zeigen. Ja, und dir vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnier den Channel, guck dir meinen Kurs an unten und bis dann, mach's gut und tschüss.